Musik 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 Ja, wie soll es weitergehen? Das habe ich mich die letzten Tage gefragt. Herzlich willkommen zu meiner kurzen Reportage. Ja, ich habe jetzt gesehen, in den letzten Tagen habe ich mehr als eine Million Klicks und dafür möchte ich mich erstmal recht herzlich bei euch bedanken, dass er in den letzten Tagen hat. Und das ist auch mein Ehrgeiz, denke ich, weiterzumachen, weiterhin zu berichten über Stellplätze oder andere Sachen, euch Tipps zu geben und das hier auf meinen Videos festzuhalten. Eine Million Klicks ist natürlich für YouTube nichts, aber für so einen kleinen YouTuber wie mich ist das schon eine ganze Menge. Ich habe mittlerweile ja auch eine Internetseite mir geschaffen. Unter www.hako-video.de findet ihr natürlich jetzt auch noch einige Sachen und Stellplatzkarte und Tipps. Findet ihr alle meine Videos. Das macht die ganze Sache natürlich auch etwas einfacher, um schnell mal irgendwas zu finden. Perfekt ist das Ganze noch nicht. Wir arbeiten immer weiter dran, um das zu verbessern. Mit mir, mit wir meine ich, meine liebe Frau Rita und natürlich meinen Enkelsohn Nils. Die beiden unterstützen mich immer bei meiner Arbeit und bei meinem Hobby hier auf YouTube Videos hochzuladen und das Ganze auf die Reihe zu bringen. Also nochmals herzlichen Dank an euch alle, dass ihr immer so toll mich hier anklickt auf meinem Videokanal. Freue mich natürlich auch immer, wie die anderen das auch. Daumen nach oben. Freut man sich ganz klar. Auch beantworte ich gerne Fragen, wenn welche da sind und wenn ich sie beantworten kann, mache ich das natürlich gerne. Also dahingehend nochmal herzlichen Dank und wie ihr ja sage ich immer noch Bye Bye bis zum nächsten Mal.